So, Mahlzeit ihr da draußen nach längerem, für mich eine längere Pause. Ist ja gut. Weiß ich jetzt schon gar nicht mehr, wo ich jetzt überhaupt war. Das haben wir jetzt alles scheinbar schon mitgenommen. Ammo haben wir auch wahrscheinlich schon genug. Ach ja, das war das, wo mir den Revolver gefehlt hat. Das war ja auch wieder sehr schön. Unser Ghostbuster Pack haben wir ja auch dabei. Das haben wir alles. Dann würde ich mal sagen, dann könnte man ja eigentlich... Das ärgert mich nur, dass wir den Revolver nicht haben. Na gut, egal. Ja, 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 ja. Käse mich nicht zu. So, wir gehen jetzt mal rein. Und gucken mal, was uns hier erwartet. Opsa. Äh, warte mal, wie rennt man? Weiß gar nicht, wie das geht. Ah, so rum geht das. Ah. Ducken. Und. Äh, warte mal, ducken. Und. Ui. Passt. Alles klar. Ich kann das Portal jetzt öffnen. Der Vorgang ist kompliziert und sobald der Prozess begonnen hat, darf ich auf keinen Fall mehr gestört werden. Andernfalls muss ich nochmals ganz von vorn anfangen. Vertreten Sie den Strahl erst, wenn ich Ihnen das Zeichen dazu gebe. Verstanden? Aha. Das wird ja lustig. Das. Uah. Da noch auf hier. Ah, bitte. Geh weg. Was soll durch? Ah, toll. Alles klar. Ich kann das Portal jetzt öffnen. Der Vorgang ist kompliziert und sobald der Prozess begonnen hat, darf ich auf keinen Fall mehr gestört werden. Andernfalls muss ich nochmals ganz von vorn anfangen. Betreten Sie den Strahl erst, wenn ich Ihnen das Zeichen dazu gebe. Verstanden? Okay. Ich fange jetzt an. Ja, und jetzt spawnen natürlich hier wieder tausend Viecher. Kennen wir doch. Hopp. Schalt mal ein. Ja, du bist hier in deiner Glaskuppel. Da ist wieder Papst in seinem Papamobil geschützt. Ey. Ach, ihr Idiote. Okay. Also Versuch Nummer 3. Ach, Mann. Hör mal mal auf, das Ding. Baa. Ja. Wo ist der Ander? Was? Ach, toll. Hopp. Sagst du was, ich bin Position. Ach, du bist doch so eine Pappnase. Portal jetzt öffnen. Der Vorgang ist kompliziert und sobald der Prozess begonnen hat, darf ich auf keinen Fall mehr gestört werden. Andernfalls muss ich nochmals ganz von vorn anfangen. Betreten Sie den Strahl erst, wenn ich Ihnen das Zeichen dazu gebe. Verstanden? Ich fange jetzt an. Ich fange jetzt an. Toll. Hochflussinsel. Ich fange jetzt an. So funktioniert das nicht. Hau ab. Wo ist da einer? Noch einer. Oh man, ich verplei hier meine ganze Munition, ey. Ey. Hau ab. Geht nicht. Endlich, es hat geklappt. Es hat geklappt. Xen. Äh, ja. Wollen wir mal speichern. Ha, jetzt. Da war ein Speichern. Äh. Wollen wir mal. Nein. Alter, ich krieg das mit diesem Blum nicht hin. So. So. Guten Tag, der Herr. So. Das nochmal speichern. Das ist nicht alles hier doppelt, dreifach und tausendfach machen muss. Ja. Sag ich's nicht. Alter, hier wär ich krepieren ohne Ende. was, 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 was? Blöder Zeitpunkt nachzuladen, Freeman, du Depp. Ach, ne. Ach, ne. Hab ich jetzt gebockt drauf auf das, da. So. So kleine Furzwulken. Ach, hopp, komm her. Na ja. So. Uah. Huhu. Huhu. So, wo ist jetzt die nächste? Wo wir uns da drauf fallen lassen können. Was ist das Ding da? Wo wir uns da drauf fallen lassen, ohne dass wir da... Au. Ach was. Erzähl nix. Au. Ach, Quatsch, net. So, was müssen wir jetzt hier machen? Hallo? Na gut, egal. Hätte eh net so funktioniert, wie ich das wollt. Warum? Also das ist wirklich die blödste Passage hier. So ein Käse. Okay. So, die nächste Scheibe. Wird die da wahrscheinlich sein. Dürfte ich vielleicht... Alte Scheibe. Kommst du her? Oder kommst du... Ah, es dauert eine Weile. Oder? Sollen wir es... Sollen wir es wagen? Ja. Oh, die Idee war schon mal gut. Ach, du mit deinem Bruch. Gut. Auf die da müssten wir, denke ich mal. Auf die da müssten wir. So. So. Ah. Es juckt mir auf die Nase wieder. Na, komm. Na, mal. Wo willst du denn hin? Hallo? Uh. Alter. Lass den Käse. Da hopsen sie rum. Äh. Ach so, ich dachte schon, das Ding sackt hier ab. Was geht ja wieder hoch. Äh. Oh. Da geht das Licht aus. Die haben Angst vor uns. Flup. 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 Ah. Immer muss er nachladen. Der Kasper. Was? Wer? Wo? Du bist das. Ah, da können wir rein. Wunderbar. Äh. Duck jump. Hallo. Passiert da was, wenn wir in die Plörre da reiten? Spring. Näh. Na, jodzseidank nischt. Was ist das? Hallo? Äh. Ah, was jetzt? Jetzt haben wir das Ding hier aufgemacht. Und was bringt mir das jetzt? Das Ding ist auf. Das Ding ist auf. Und da hinten ist noch einer. Ja, und nu? Das Ding ist auf. Das Ding ist auf. Bist du? Hä? Fliegt denn jetzt hier alles so rum? Hä? Oh, 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 oh. Wann ist los? Ah, 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 ah. Ist das Portal jetzt fertig, oder? Oh, 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 oh Untertitelung des ZDF, 2020